Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Frau von Dr. Enger 2 mit mir zu nominem MC Hartmann. Wir sind jetzt unterwegs zum letzten Distrikt und zwar zur himmlischen Zeit. Ich habe gestern mal so ein bisschen so normal gespielt. Ich habe mir das andere Mal danach geholfen, ein bisschen angeschmert. Ja, und wir machen uns jetzt auf zu einem Film. Oh, ich sehe gerade, das Bild ist groß. Ich sage dir, ich bin so bored. Was sollen wir hier in diesem roten alten Ort protektiv sein? Was denn? Hey, was ist passiert? Der Schlüssel des leuchten Lebens ist zerstört, deshalb noch ein letzter Schlüssel, was danach kommt von Mark Horner zu sagen. Tja. Und zwar auf, auf Leute, zum Distrikt der himmlischen Zeit. Hier sind wir, das letzte Distrikt. Ja, wir sind endlich hier. Besuch, das hier. Es sind ein neues Jahr im Frieden und Eug Dorf. Die Knights werden sicherlich ein Kampf gewalt. No matter. Die Mosch encontrarblüten sind bothersome, aber wir werden sie verletzen. Verwenden Sie. Da ist eine Barriere. Wir müssen sie abholen, bevor wir in die Zeit keinen Anpassung. I just have to destroy the Barrier Towers. There are three Barrier Towers. The enemies are guarding them. The Knights will use any means necessary to stop us. Be careful. Two more to go. Just one more and we can reach the last district. Damn it! Bring out all the weapons we can use! Stop those monsters! Fire! Get him away from Heaven's Clock Tower! The last district. Will it all end once the last district is gone? It's all over, I keep waiting for you. Stop them! There must be a Guardian here too. I wonder who it is. Fire! Keep him away! I get him away from the Dead! Thank you. Dragons are not at all, run! We can take them down! Yeah! In the last district. Use the Fucking War. You can take them down! So let's go! Oh, I'm sorry. Let's go to the Angel. Was ist das? Ligna! Ich war nicht interessiert. Jetzt werden sie alle ihre Fortsen nach uns bringen. Es ist zu gefährlich. Wir landen. In die Floodbath gehen wir. Holden tight, ihr zwei. Was ist das? 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 Ja! υa! Ah Ah 22 Gegner bauen geiniere ... Er ist immer noch bei den Rittern. Leckner ist verletzt und wir müssen uns jetzt irgendwie da durch die Ritter reinkämpfen. Aber das ist ja kein Problem, das haben wir ja schon öfter gemacht. Leckner ist verletzt. Wir müssen uns selbst gehen. Du wirst gut. Ich werde mit dir aufhören. Ruhig vor. Es ist eine gewisse Fortress, aber es muss sich in einem Moment sein. Wir können sie verletzen. Das ist unsere letzte Zeit. Bis zum nächsten Mal. Schau! 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 Ja, ich habe leider keine Nachhinein. Schau! Schau! Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lass uns die 5.2 Jahre lang und wir überlegen, wir sind die erste Teile. Das ist der Ende des Geistes. Es gibt einebrtonation. Der Bundesliga wird in den Schlepp-Klepp-Klepp-Klepp. Der letzte Seil wird zerstört. Es ist der Ende des Welt. Der letzte Seil ist der letzte Seil. Wir werden überrascht, wenn wir nicht schnell gehen. Das ist der letzte Seil. Wir enden die Kampf hier. Der letzte Seil ist der letzte Seil. Das ist das neue Landschaft, was ich besitze, hier. Don't let them do. I won't die here. I won't let you destroy the final scene. Okay, let's get started. Okay, let's get started. Okay, let's get started. Okay, let's get started. Okay. 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 Geh, Noe. Let's put an end to this war. Uh, Uh! 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 Ah! Ah! I guess you threw it down. Oh, uh! Ah! Ah! Ha! Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute! We can't go any further. Is there another path? We can't go any further. 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 This is Heaven's clock tower? What are they planning to do with it? Impossible. We can't go any further. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ah! Ah! So few kids. Oh! Oh! Was do you like? Ah! 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 Oh, 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 oh. Das war ja normal. Das ist Heaven's clock tower. Let's go inside. There should be a shrine in there. Here we are, the shrine. So you'll find me here, no way. Gizmor. No way. You're still with her. Eris, please understand. No, I don't understand. What are you doing? What do you see that I don't? I only... I only want less people to suffer in this world. I wish the same for our people. That is why I became a knight. Something's coming to focus when you leave the knights. Lies! The knights of the seal are never wrong. Take back what you said. Eris, are you sure you know about all of the knights' activities? And if you do, can you honestly condone their methods? Aren't you running from the truth? Uh, me? Running from the truth? Step aside. There's no need to lend your ears to sinners. I shall slay the dragon child with my own hands. Gizmor. I won't let your greed rule this land any longer. Gizmor. Your reign and the knights of the seal are finished. Come on! Gizmor. What power? You've taken another step back to the wild. I won't let you do this. Damn fool! I will not be defeated by the likes of you! It ends now! A useful seven to the very end. Bastard. Doesn't like he a bastard either. Was ist passiert? General Kismar, du... du benutzt mich als eine Schilder. Schhh, nicht versuchen zu sprechen. Du bist kind und wunderschön, aber... ein bisschen wild. Das ist warum ich... der letzte Key ist auf dem Topfloor. Es ist ein Hörglas, die genannt worden ist. Geh, Noe. Ich werde dich jetzt nicht stoppen. Hey, öffne deine Augen. Eris! 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 Ja, Leute. Die gute Eris... hat uns... geliebt. Wir haben einen Start gekriegt. Für Mahle, das ist auch gut. Aber wir sind die Waffe, die sie angehaben. Und wir... schon die Stufe 4. Ja, wir haben einen Start. Wenn du das mal so fährst... Aber ich werde so... Wir haben einen Start. Und wir haben einen Start. Ja, wie gesagt Leute, das war auf jeden Fall ein krasser Scheid eben und wie gesagt, ihr habt ihr jetzt gesehen, General Gizmo ist der Wächter des letzten Districts, also das passt sich ja ganz gut, weil Nové hat eh noch eine Wächter offen. Die Tür, es ist lockt. Wir müssen nachher von außen gehen. Lass uns mit Legner treffen. Dann füllen wir von oben an in der Glockenturm und warnen uns unseren Weg zum Sturmenglas. Aber das hier, wir sind alles an der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und ciao!